Du schliefst nicht mehr, oder? Doch. Tust du nicht? Natürlich, ich muss es schließlich wissen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie spät es ist. Hast du was vor? Die Sonne ist nicht gerade sehr kooperativ, oder sehe ich das? Die Sonne ist wirklich kein Problem. Ich habe einen Taktraum und werde nicht aufwachen. Ich hatte auch gerade einen. Ach ja? Geht dein Taktraum vielleicht in die Richtung? Oh, gut. Hör auf. Wieso soll ich davon träumen? Hör auf, damit ich friere. Okay, wenn du mir deinen Traum nicht verrätst, dann verrate ich dir meinen auch nicht. Oh, bitte, bitte, sag's mir, bitte. Und was kriege ich dafür? 100.000 Millionen Dollar? Das ist zu wenig. Frühstück? Okay, dann stell dir einen wunderbaren, einsamen Strand vor. Die Sonne, der Sand, das blaue Wasser. Zu schön, um wahr zu sein. Und ich war damit beschäftigt, Sonnen aufzutragen auf die Beine einer fantastischen, nackten, blonden Frau. Ich bin empört. Du hast es genossen. Also, war ich das, ja? Jetzt bist du dran. Tja, es war sonnig und wunderschön, aber die Hänge waren etwas zu glatt. Wie bitte? Was denn für Hänge? Also, irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Du bist nur so. Ich meine die Skihänge, die Skihänge in Espen, und das weißt du. Nein, ich stelle mich nicht dumm, Schatz. Du bist dumm. Halt den Mund, ja? Okay, du hattest also Skikleidung an mit allem, was dazugehört. Sehe ich das richtig? Oh, bitte, sollte ich etwa einen Badeanzug tragen? In meinem Traum hattest du keinen Badeanzug. Ich frage mich, was für ein Strand das war. Ein ziemlich einsamer. So. Tja. Wie weiter? Du warst also Skifahren und mein Lieblingshang in Espen. Also, es war wunderschön. Die Sonne schien, es war Neuschnee. Und ich hatte sie ganz für mich, die Bahn. Und dann völlig unerwartet, aus dem Nichts. Kam dieser große, blonde Mann und mich geküsst. Schluss jetzt, halt bitte deinen Mund. Die beiderseitigen Vermögenswerte werden nach Absprache der zu scheidenden Eheleute nach ihrem Gutdünken vorgenommen. Hauptsächlich im Hinblick auf das Wohl des Kindes. Es ist komisch. Die Worte, die man benutzt, wenn man heiratet, sind immer so poetisch. Aber die Worte, die man benutzt, wenn man sich scheiden lässt, klingen ganz anders. Tja, das liegt wohl in der Natur der Sache. Also dann, Mason. Sisi, ich dachte, Sie wären gegangen. Ich habe hier noch etwas zu regeln. Dann werde ich Sie jetzt allein lassen. Ich habe heute auch noch einiges zu regeln. Eine Frage. Sagen alle Schwiegertöchter und Schwiegersöhne Dad zu ihm? Wie kommen Sie darauf? Warum fragen Sie mich danach? Vielleicht sagst du mir endlich mal, was hier los ist. Und ich will keine Geschichten, sondern die Wahrheit. Also, ich werde sie töten. Und ich will keine Geschichten, sondern die Wahrheit. Soll das bedeuten, dass du allen Ernstes vorhast, Sascha umzubringen? Ich habe die letzten Tage nur über eins nachgedacht. Und zwar, wie ich sie töten kann. Willst du sie umbringen? Wieso, Mason? Weil ich gar keine andere Wahl habe, Dad. Aber beachte sie doch einfach nicht. Leg auf, wenn sie am Telefon ist. Versuch nach Möglichkeit, allen Kontakt mit ihr zu vermeiden. Lass sie nicht in dein Büro. Aber vergiss diese Mordpläne. Womit bedroht sie dich? Was hat sie gegen dich in der Hand? Ich weiß nicht, wovon das spricht. Ich will auf der Stelle wissen, was hier gespielt wird. Ich will dich in die Sache nicht mit reinziehen. Denkst du denn im Ernst, dass Sascha in der Lage ist, uns zu bedrohen? Sie bedroht ja auch nicht mich. Mason, wenn sie etwas gegen dich in der Hand hat, dann muss... Ich bedroht Julia. Julia? Hat sie jemanden angeheuert, der Julia? Ja, sie hat Leute angeheuert. Aber das sind keine Killer, sondern falsche Zeugen, die Julia möglicherweise ins Gefängnis bringen. Weswegen? Wegen versuchten Mordes. Das ist doch lächerlich und das weißt du genauso gut wie ich. Sascha hat Leute bestochen, die alle bezeugen werden, wenn es sein muss, notfalls auch unter Eid, dass Julia Hans' Casino auf dem Boot in die Luft gesprengt hat, als Sascha an Bord gewesen ist. Schließlich hatte Julia ein geradezu klassisches Motiv, oder? Ja, eifers. Das ist die Situation. Ich muss tun, was sie will. Anderenfalls präsentiert sie Escher ihre gekauften Zeugen. Das bedeutet, du hast keine Wahl, als dieser Person den halben Dschungel zu... und mich scheiden zu lassen. Das verlangt sie auch von mir. Jetzt hör mal gut zu. Es gibt keinen Grund, einen Mord zu begehen. Ich glaube, dass sie blufft. Überleg doch mal. Wenn sie ihre Drohungen wahr macht, kann sie nichts mehr aus dir rausholen. Sie würde gegen ihre eigenen Interessen verschließen. Diesen Gedanken hatte ich natürlich auch erst falsch. Sie ist durchgedreht. Sie ist ein Kamikaze. Ihr ist egal, was mit ihr passieren wird. Sie will Rache. Nur darum geht es ihr. Ja, vielleicht hast du recht. Was hast du vor? Was willst du tun? Sie loswerden. Und zwar so schnell es nur geht. Ich kann nicht zulassen, dass du... Und du wirst dir nichts davon sagen. Du kannst sie nicht umbringen. Mord ist noch nie eine Lösung gewesen. Was immer ich tue, ich tue es auf meine Weise. Und ich sage dir, du wirst nichts unternehmen, ohne mich vorher zu fragen. Versteh doch, Dad. Ich kann einfach nicht dulden, was Sascha vorhat. Ich kann nicht zusehen, wie Sascha das Leben von Julia ruiniert. Du solltest Julia warnen, wenigstens das. Nein! Doch, du wirst sie warnen. Auch wenn du es allein schaffen solltest, das Problem mit Sascha zu lösen. Julia hat ein Recht zu erfahren, was los ist. Du hast die Pflicht, sie zu informieren. Oh, hallo, Kelly. Diese langen Nächte scheinen dir nicht sehr gut zu tun. Danke, Mutter. Schlechte Laune, was? Wann bist du gekommen? Ich würde sagen, das geht dich nichts an. Soll ich zusehen, wie du dich ruinierst? Jetzt klingst du wie Daddy. Ich habe mich ein bisschen amüsiert, das ist alles. Ich bezweifle, dass das, was du tust, dir wirklich Spaß macht. Was soll ich denn machen? Zu Hause sitzen und jammern, weil Robert mich nicht mehr liebt? Nein, nein, das war nicht ganz korrekt. Wahrscheinlich hat Robert mich nie geliebt. Nein. Bist du sicher? Ich denke nämlich, dir wäre es lieber, wenn ich mich an deiner Schulter ausweinen würde. Ich bin nicht Eden. Da ist ein Gentleman für Sie, Mrs. Keppel. Schicken Sie ihn rein, Patricia. Nein, ich will keinen Besuch. Komm schon, du siehst gut aus, wirklich. Ich will jetzt niemanden sehen. Kelly! Ich bin gar nicht da. Oh, hallo, Sie müssen Kellys Mutter sein. Ja, ich bin Kellys Mutter, Sophia Keppel. Oh, Tag, Whittaker, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich wollte Kelly abholen. Wir waren verabredet. Tut mir sehr leid, Mr. Whittaker. Kelly ist im Bessie, scheint sich ein wenig erkältet zu haben. Aber wenn Sie aufwacht, werde ich ihr sagen, dass Sie hier gewesen sind. Sagen Sie, Ihr Tomatensaft hilft am allerbesten. Das werde ich. Äh, vielleicht darf ich Sie zum Essen einladen. Danke, aber ich kann nicht. Wer war das? Wer war das? Ich glaube das einfach nicht. Ist das jemand, der dich über Robert hinwegtrösten sollte? Belehrung kann ich jetzt wirklich nicht vertragen. Ich will dich nicht belehren, nur mit dir reden. Setz dich. Du sagst, du hast dich amüsiert, aber du siehst schrecklich aus. Und du fühlst dich auch schrecklich. Schließlich hast du allen Grund dazu, Schatz. Vielleicht hältst du deinen psychologischen Vortrag lieber morgen. Ich will dir nur helfen. Ich weiß, du bist enttäuscht über Robert und hast eine Riesenwut auf Eden. Aber ich finde, du gehst mit deiner Frustration um wie eine verzogene Göre. Ich bin eine verzogene Göre. Das sagt er dir auch ständig. Kelly. Okay, okay. Du hast völlig recht, Mom. Du hast ja immer recht. Was würde ich nur anfangen ohne deine guten Ratschläge? Können wir jetzt damit aufhören? Weißt du, wie stolz ich auf dich war, als du dein Leben wieder in den Griff gekriegt hast? Ja, und das war auch zu spüren. Speziell an deiner Reaktion auf Robert. Also, hör mir mal gut zu, bitte. Was ich dir gerade erklären wollte, war folgendes. Du hast es in ziemlich kurzer Zeit geschafft, viele Menschen mit deinen Fähigkeiten zu beeindrucken. Alle sind sich darüber einig, dass du von Geschäften genauso viel verstehst wie dein Vater und deine Schwester. Und ich hatte den Eindruck, dass dir das alles gefallen hat. Aber vielleicht ging es dir dabei bloß um Robert. Ich verspreche es dir. Ich suche mir einen Job. Und zwar nicht irgendwann, sondern sehr bald. Du brauchst mir nichts zu versprechen. Das verlange ich gar nicht von dir. Und ich weiß, dass es toll sein kann, die Nächte durchzutanzen, Bekanntschaften zu machen, zu trinken und zu flirten. Das tun wir doch alle gern mal hin und wieder. Aber lange hält das niemand durch. Mr. Foxworthy für Miss Keppe. Foxworthy. Also gut, ich schicke ihn weg, aber das ist das letzte Mal. Hallo. Hallo. Es tut mir wirklich leid. Kelly fühlt sich nicht wohl, Mr.... Jim. Jim. Jim, sie hat mich gebeten, Ihnen zu sagen... Jimmy, Jimmy, haben Sie den Ferrari? Ja, er steht vor der Tür. Sie können sofort damit losfahren. Kelly! Mama, das ist Jimmy und er verkauft Ferraris und ich wollte schon immer einen. Also bis nachher. Okay. Kommen Sie. Ist der wirklich in fünfeinhalb Sekunden auf Wunde? Aber sicher. Ja. Und was machen wir nach dem, wie gefrühstückt? Oh, dreimal darfst du. Hi. Ich wüsste. Guten Morgen. Guten Morgen, Papa. Bitte. Danke. Gerne. Danke für den Kaffee. Ja. Tut mir leid, dass du heute Morgen so lange auf die Kinder aufpassen musstest. Das macht doch nichts. Ich passe gern auf die Kinder auf. Das einzige Problem ist, wenn die Kinder schon um sechs aufstehen, dann fallen mir um elf keine Spiele mehr ein. Ich hoffe nur, du lässt dir nicht so viel fernsehen. Das wollen die gar nicht. Als ich vorhin die Nachrichten gesehen habe, haben die Kinder weitergespielt. Übrigens bist du in den Nachrichten erwähnt worden. Der Sprecher hat gesagt, dass ihn Castillo heute wieder die Abendsendung moderiert. Na, ist ja schön, dass ich das jetzt auch erfahre. Oh. Ich hole euch mal Orangensaft. Nein, ich will gar keinen. Jetzt brauchst du wirklich nicht, aber... Na gut, dann nicht. Aber ich würde gerne noch ein bisschen Tosenmarmelade essen. Ich bin gleich wieder da. Tut dir keinen Zwang an, Daddy. Wir sollten wirklich eine Hilfe engagieren. Wir können uns nicht von deinen Eltern den Haushalt führen lassen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weißt du. Auf jeden Fall sollte einer von uns gelegentlich mal einkaufen gehen. Na schön. Und du meinst, du bist in der Lage, alles aufzuschreiben, was uns jetzt hier fehlt. Das bezweifle ich. Ich reiße mich danach und tue das alles aus lauter Vergnügen, ja? Hier, mein Schatz. Tue durch. Irgendjemand muss es tun. Das ist unglaublich. Das gibt's doch nicht. Was? Dieser Typ hier ist uns zum zweiten Mal entwischt. Wenn ich gewusst hätte, wie unkooperativ er ist, hätte ich ihn gar nicht erst von diesem Dach gerettet. Ist es nicht üblich, dass das Revier dich benachrichtigt, wenn so etwas passiert? Ja, sicher ist das üblich. Außerdem sollte der Bursche eigentlich in der nächsten Woche vor Gericht stehen. Der Orangensaft. Vielleicht wollt ihr ja doch welchen. Der ist frisch ausgeprästet. Danke, Raphael. Ich stelle ihn einfach mal vor euch hin. Das waren die Anrufe. Danke. Dankeschön. Was? Das sind alles Anrufe von heute? Mhm. Die meisten Leute, die angerufen haben, wollten einfach nicht glauben, dass ihr immer noch im Bett seid. Nein, das ist nicht wahr. Die meisten haben es sofort geglaubt. Oh, danke. Das war sehr diskret, Papa. Wirklich sehr diskret. Das ganze Team hat einzeln angefragt, ob ich heute noch im Studio erscheinen werde, du Arme. Warst der ständig am Telefon. Das war wirklich kein Problem. Weißt du, der Chefredakteur hat zweimal angerufen. Und der zweite Anruf war für mich. Er kommt in den Dschungel, um eine Show zu sehen. Vielleicht kriege ich meine eigene Fernsehshow, oder? Pass auf, Papa. Ihnen verlangt Ihre 10 Prozent. 13. Ich dachte, Sie nimmt 5 Prozent. Du vergisst die Inflation. Richtig. Ich muss ins Büro, Baby. Ja, gut. Kann ich heute irgendwas für dich erledigen? Nein, nein, Papa. Du hast schon viel zu viel getan. Okay. Mach's gut. Mach's gut. Wenn du mal Zeit hast und dich entspannen willst, vielleicht hast du dann einen kleinen Tagtraum. Hört sich verlockend an. Ich werde träumen, dass ich bei dir am Studio vorbeifahre. Du gerade in deiner Garderobe bist und wir... Muss ich genauer wählen, ja? Ich werde mal feststellen, ob das Schloss an der Garderobe funktioniert. Tu das. Also dann... Bis nachher, Schatz. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Du bist nicht auf mich wütend, du bist auf dich selbst wütend, wegen deiner Gefühle für mich. Und es hat gar keinen Sinn, es abzustreiten, denn es ist immer dasselbe. Wenn ich nicht kann oder will oder sie nicht können oder wollen, dann gibt es einen Fußtritt für mich und ich werde behandelt wie der letzte Dreck. Geh doch zum Teufel. Du verschwindest jetzt. Lass mich los. Ja, du solltest verschwinden. Ihr Frühstück. Ich will aber kein Frühstück. Ein Anstieg des Blutzuckers verbessert in der Regel die Stimmung. Ich sagte, ich will kein Frühstück. Und ich mache notfalls einen Hungerstreik, wenn ich hier nicht bald rauskomme. Das geht mir alles wahnsinnig auf die Nerven. Speziell Sie. Kein Arzt an diesem Krankenhaus wird Sie entlassen, solange Sie noch erhöhte Temperatur haben. Und dieser Blumentopf hier sollte am Fenster stehen, wo er Licht hat. Es sei denn, Sie wollen, dass die Blumen eingehen. Ich verstehe Sie nicht. Wieso entspannen Sie sich nicht für ein paar Tage? Eine Schusswunde kann sehr gefährlich sein. Und, wie sieht's aus? Du meine Güte. Die Temperatur ist stark gefallen. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Genau gesagt, Sie haben Untertemperatur. Das ist bei mir ganz normal. Sehr starke Untertemperatur. Man kann's ja versuchen, Niki. Das nächste Mal würde ich das Ding nicht ganz so lange da in das Eiswasser halten. Also, komme ich jetzt endlich raus, oder was? Wahrscheinlich nicht, aber da es Ihnen offenbar außerordentlich wichtig ist, werde ich nachher noch mal den Arzt fragen, okay? Hallo, Michael. Hallo. Hallo. Wusstest du, dass ich jetzt hier bin? Nein, ich habe Carson Jones hergebracht. Er hat sich beim Basketballspiel verletzt. Er wird gerade geröntgt. Geht's ihm sonst gut? Ja, das heißt, das hoffen wir alle. Aber dir scheint es offenbar gut zu gehen. Ist der Brief, den du da hast, nicht von der Kirche? Ja, genau, er ist vom Bischof, weißt du, ein Jahr ist jetzt vergangen, seitdem ich nicht mehr Priester bin. Will er dich zurückgewinnen? Nein, er will nur wissen, ob meine Entscheidung wirklich endgültig war. Und, ist sie das? Das würde ich schon sagen. Das war ja keine spontane Entscheidung, sondern eine, für die ich ziemlich gute Gründe hatte. Ja, das verstehe ich. Ja. Ich habe jetzt Pause. Wieso trinken wir zwei nicht einen Kaffee? Gute Idee. Na los. Hallo, Niki. Ich wollte mal sehen, wie's dir geht. Hört sich gut, der Wagen, hat eine tolle Beschleunigung. Er fährt sich auch so, wenn sie nicht zu schnell fahren. Die Kupplung rutscht manchmal ein bisschen. Entschuldigung, ich sagte die Kupplung. Ist alles okay? Hey, aufpassen! Keine Angst, ich kenne hier jede Kurve in der Gegend. Was meinen Sie, reicht das fürs Erste? Absolut nicht. Jetzt will ich wissen, wie sich der Wagen im Gelände fährt. Wer ist denn das da? Wer ist denn das da? Jetzt darf ich dich. Willst du etwas? Oh, das war ein kleiner magischer Trick. Zeigst du dann und mutter den magischen Trick. Oh, ja, bitte. Ich weiß, das alles geht mich nichts an und ich will mich auch nicht einmischen, aber ihr habt die ganze Sache völlig falsch angefasst. Hier. Welche Sache? Es war ein Fehler, nicht länger in Peppel Creek zu bleiben. Ihr hattet keinen Grund, so schnell wieder zurückzukommen. Tja, ich weiß nicht. Wir haben uns nach den Kindern gesehnt und Cruz und dich haben hier schließlich... Ich weiß, ich weiß, ich rede nicht über eure Arbeit. Das meine ich nicht. Deine Mutter, dein Vater, ich und sogar Carmen. Wir hätten uns gerne um die Kinder gekümmert. Das weißt du doch. Danke, aber jetzt sind wir wieder da. Du meinst zwischen sechs und elf, wenn du zufällig frei hast und wenn Cruz nicht gerade einen dringenden Fall hat, was selten passiert. Tja, weißt du, ich finde es eigenartig, dass gerade du uns ermahnst. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich meine, was ist denn mit deiner Karriere, hm? Die läuft hervorragend. Du kennst mich. Ich hab alles im Griff. Pass auf, Schätzchen. Mach's nicht kaputt. Wie kommst du klar ohne Niki? Nicht besonders gut. Sie fehlt mir gewaltig. Und sie zu ersetzen? Oh, oh, was ist das? Was soll das? So was? Jemand fehlt einen Ferrari am Strand. Hat ein gewaltiges Tempo drauf. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Mein Gott. Das ist Kim. Ich möchte, dass Sie diesen Brief sofort zu Mrs. Julia Kepfer bringen. Sorgen Sie dafür, dass sie ihn persönlich in Empfang nimmt. Sie werden darauf bestehen, dass sie diesen Brief in ihrer Anwesenheit liest. Ich möchte wissen, wie sie darauf reagiert. Jawohl. Sie haben einen Brief getippt mit diesen Fingernägeln? Tja, es war nicht leicht, aber gewisse Dinge müssen nun mal getan werden. Sie scheinen sehr zufrieden mit sich zu sein. Ich bin immer zufrieden, wenn ich einen Erfolg habe. Oh, da müssen Sie ständig Erfolg haben. Ich meine, Sie sehen immer so zufrieden aus, Sascha. Oder täusche ich mich. Bunny, was meinen Sie damit? Nichts. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie bewundere. Und falls Sie da in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken... Weil ich einen Brief geschrieben habe, denken Sie, ich stecke in Schwierigkeiten? Bunny, das war ganz persönlich. Wir sind Partner, Geschäftspartner. Und was ich sonst noch tue, geht Sie gar nichts an. Also, ich dachte, wir wären Freunde. Bunny, Sie sind ein netter Mann, aber... Mir wäre es lieber, wenn unsere Beziehung im geschäftlichen Rahmen bleibt, okay? Wieso denn wegen Mason? Auch wenn es so wäre, es geht Sie nichts an, kapiert. Hören Sie, wieso reden wir nicht lieber über den Club? Zum Beispiel über diesen Zauberer. Wozu brauchen wir den? Raphael ist als Zauberer erstklassig. Er ist nicht gerade David Copperfield. Das hier ist ein Nachtclub, kein Zirkus. Vielleicht, wenn er 30 Jahre jünger wäre. Warum sind Sie auf einmal so wütend? Ich rede über das Geschäft. Ist doch egal, worüber Sie sprechen. Sie haben allen Grund, dankbar zu sein. Es gibt Millionen Frauen, die gern so schön und talentiert wären wie Sie. Und so charmant. Sie könnten glücklich sein, aber... Sie sind wütend und rachsüchtig. Richtig. Genauso ist es, ich bin wütend. Und ich werde mich dafür rächen. Ich würde also vorschlagen, dass Sie sich da raushalten. Verstanden, Bunny? Ich verstehe diese Mickerei übers Krankenhausessen nicht. Weißt du, zwölf Stunden auf der Flucht vor der Polizei zu sein, ist schlimmer. Ich will, dass du wieder gehst, Travis. Ich habe auch nicht vor, mich hier einzukratzen. Wenn es stimmt, was in der Zeitung steht, dann sucht inzwischen die ganze Polizei nach dir. Na und? Macht nichts. Ich bin diesen Tölpeln schon zweimal entkommen. Niki, wir reden hier über die unfähigste Polizeitruppe des Landes. Das gilt auch für Castillo. Hier aufzutauchen ist ziemlich riskant. Hör mal, denkst du, ich bin hier ohne einen wichtigen Grund? Ich habe meine Anweisung. Was wollen Sie denn noch? Unser Plan mit Cruise hat funktioniert. Sie haben es geschafft, mich aus dem Gefängnis zu holen, wenn auch ein paar Tage später als ursprünglich vorgesehen. Die Sache läuft also. Und Cruise bildet sich ein, dass er Erfolg gehabt hat, bloß weil dieses blöde Pferd wieder da ist. Und jetzt bist du dran, klar? Hör zu, ich bin angeschossen worden. Und wenn die von mir erwarten... Wir erwarten selbstverständlich etwas von dir. Und anschließend bringen sie dich zurück nach Mexiko. Da kriegst du jede Hilfe, die du brauchst. Ich mach doch hier schon alles, was ich kann. Nein, tust du nicht. Du bist so etwas wie ein Held. Und das musst du unbedingt ausnutzen. Versuch in die Polizei einzutreten. Ja, richtig. In Santa Barbara Police die Partner. Überleg doch mal, wie kann ich Polizistin werden in einem Land, in dem ich noch nicht einmal wohne? Das wird sie schon irgendwie machen lassen. Willst du damit sagen, ich hätte keine Wahl? Nicky, ich will dir doch nur helfen. Wir hätten das alles allein durchziehen können. Nur wir zwei, Baby, das weißt du. Aber du musstest dich in Cruise verknallen. Das war ein Fehler. Nicky, jetzt Cruise. Kein Wort verstanden. Nicky? Komm rein. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich hab dich nicht geweckt. Nein, hast du nicht. Tja, ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin, oder? Du weißt nicht zufällig, wo er ist? Vielleicht zurück auf dem Weg nach Kentucky. Dann fliegt er in die falsche Richtung. Er ist offenbar nach Süden geflüchtet, nach Santa Barbara. Seine Spur verliert sich 50 Meilen nördlich von hier. Wahrscheinlich hat er irgendwo einen Wagen gestohlen. Oder jemand hat ihn mitgenommen. Vielleicht will er auch nach Texas. Das ist auch möglich, ja. Was ist mit Mexiko? Äh, nein, für so blöd heißt ich Travis wirklich nicht. In Mexiko steht er bereits auf sämtlichen Fahndungslisten. Wahrscheinlich warten die Grenzpatrouillen schon auf ihn. So ist es, in der Tat. Und dann hat, äh, Oswald seine Akte rausgesucht und überprüft jetzt alle seine alten Kontakte. Ich wäre gern bereit, euch bei der Suche nach Travis zu helfen. Niemand kennt ihn so gut wie ich. Du gehörst nicht zur Polizei. Wir könnten doch trotzdem zusammenarbeiten. In ein paar Stunden werden sie mich entlassen. Dann kann ich sofort anfangen. Hey, warte mal, nicht zu schnell. Leg dich wieder hin. Ich will dich da nicht reinziehen. Ich, ich find ihn, glaub mir. Travis wird sich vielleicht an dir rächen wollen, Nikki. Mir ist das Risiko einfach zu groß. Gut, und was soll ich machen, wenn ich erfahre, wo er sich versteckt? Du rufst Boswell an, das ist alles. Äh, könnte ich dich nicht anrufen? Natürlich auch nicht. Aber im Moment solltest du dich ausruhen und genau das tun, was die Ärzte von dir verlangen. Okay. Tut mir leid. Ich fürchte, ich war keine große Hilfe. Stimmt nicht, du hast uns sehr geholfen. Er kann nicht weit sein. Wir finden ihn schon. Mach dir keine Sorgen. Okay. Na, komm schon. In ein paar Tagen geht's dir wieder gut. Ist alles halb so schlimm, wie es jetzt aussieht. Hey, Michael. Cruz. Hey, Carsten. Das ist Cruz Castillo. Hallo. Mr. Castillo ist Polizeieinspektor. Hat's besser? Ein bisschen. Sie, äh, kam mir einen Gefallen. Ja? Es geht um diese Nikki, die Frau, die ich, äh, ja, zeitlang um Schutz geholfen hatte. Sie war hier im Krankenhaus. Das heißt, sie ist immer noch hier. Na ja, sie kommt jetzt raus, heute, und sie hat ein bisschen Unterstützung nötig. Sie weiß noch nicht mal, wo sie schlafen soll. Was ist mit ihr im Altenzimmer? Tja, wenn Sie meinen, ich brauche jetzt das Zimmer nicht mehr. Ich würde das ja alles selber regeln, ich kann nur leider... Nein, 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 ich regle das schon, keine Sorge. Ich gehe zu ihr. Sehr gut, okay. Schönen Dank, Michael. Na, das mache ich doch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Ich wünsche dir gute Beste. Danke. Also, danke, Michael. Keine Ursache. Am besten, du verschwindest von hier. Ja, bin schon dabei. Und viel Vergnügen bei der Polizeiarbeit wünsche ich. Cruz scheint ein bisschen Hilfe nötig zu haben. Andererseits scheint er nicht besonders scharf darauf zu sein, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Viel Spaß. Ich bin nicht über 60 gefahren, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Darum geht es in diesem Fall gar nicht. Das Fahren an öffentlichen Stränden ist bekanntlich verboten. Es ist kein Mensch am Strand gewesen. Doch, natürlich waren Menschen am Strand. Hey, behandelt man so einen Käufer? Den Führerschein, Miss. Cruz Castillo ist der Mann meiner Schwester. Und mein Schwager ist Ronald Reagan. Vielleicht kennen die beiden sich sogar. Also den Führerschein. Cruz Castillo ist ziemlich einflussreich bei der Santa Barbara Polizei. Ich bin mir sicher, er regelt das für mich. Wo ist Cruz? Er ist auf der Wache in seinem großen Büro. Ich glaube, Sie schätzen die Situation falsch ein. Auch wenn Ihr Schwager Polizeichef wäre, könnte er Ihnen nicht helfen. Ihren Führerschein bitte. Das ist einfach lächerlich. Das finde ich auch. Danke. Bitte hier unterschreiben. Es geht um Widerstand gegen die Staatsgewalt und Befahren eines öffentlichen Strandes. Mehr ist Ihnen wohl nicht eingefallen. Warten Sie es ab. Ist da noch etwas? Äh, ja. Das Bild hier ist etwas zu alt. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie, wir müssen jetzt den Wagen vom Strand schleppen lassen. Keine Kratzer. Sie können den Wagen vor dem Haus meines Vaters abstellen. Heißt das, Sie kaufen den Wagen? Natürlich kaufe ich ihn. Was haben Sie dann gedacht? Na, dann hat es sich wenigstens gelohnt. Ach, was für ein Morgen. Das war toll, diese Fahrt am Strand. Den Seewind in den Haaren, den Sand und den Reifen. Ist ja klar, dass ab und zu mal Kinder am Strand spielen. Meine Kinder zum Beispiel. Ich brauche deine Belehrung. So, es sieht aber leider nicht an der Haus. Soll ich dir sagen, wer Belehrungen braucht? Leute, die dumm sind und sich aufführen wie Teenager. Ich bin aber kein dummer Teenager und jeder hat das Recht, sich zu amüsieren. Offenbar ist es dir sehr wichtig gewesen, dass ich es merke. Was soll denn das jetzt bedeuten? Du denkst, dass ich mit Absicht vor deiner... Es war der reine Zufall, dass ich bei dir vorbeigefahren bin. Vielleicht erklärst du mir endlich mal, was mit dir los ist. Ich habe mich entschieden. Ich kann entweder in der Ecke sitzen und mich bedauern lassen, weil mich Robert verlassen hat. Oder ich kann versuchen, mich trotz allem so gut wie möglich zu amüsieren. Und das werde ich. Und ich habe wirklich nicht die Absicht, mich bei dir dafür zu entschuldigen. Ich bin kapiert. Oh, was? Ich brauche Ihre Unterschrift, Mrs. Capwell. Sie ist gut. Und außerdem soll ich auf Ihre Antwort warten. Wer hat Sie denn hergeschickt? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Möchten Sie gleich darauf antworten? Mit vielen Fotos und Infos zu den Stars Ihrer Lieblingsserie. Alle Geburtstage und wichtige Daten auf einen Blick. Der große Kalifornia-Klan-Kalender 95. Jetzt im Handel. Gratuliere. Jetzt haben Sie erreicht, was Sie wollten. Sie werden entlassen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Also, ich schon. Es hat doch niemand etwas davon, wenn ich hier Ihre Wetten blockiere. Niki? Ja. Hallo. Ich bin Michael Dunley. Wir sind uns schon mal bei Cruz begegnet. Hallo. Ja, Sie waren doch ein Freund von Ihnen. Richtig, ja. Cruz hat mir gesagt, dass Sie eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen. Stimmt's? Nett von ihm, aber ich kann für mich selber sorgen. Soll das heißen, dass Sie keine Wohnung haben? Wenn Dr. Edward das... Kommen Sie, hören Sie auf mit Ihrem Dr. Edward. Niki, jetzt machen Sie doch nicht so ein Theater. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Was ist denn jetzt los? Sind Sie zwei so eine Art Team oder was? Tja, in gewisser Hinsicht schon. Es ist so, Cruz ist vor ein paar Tagen ausgezogen. Sie könnten da schlafen, wenn Sie wollen. Ja, vielleicht schlafe ich heute da, aber nur für eine Nacht. Gut. Dann sind wir uns ja einig und Michael wird Sie hinfahren. Ja, wir sind uns einig. Okay, ich muss jetzt gehen. Ich habe noch andere Patienten, um die ich mich kümmern muss. Viel Glück, Niki. Danke. Gut. Bis dann, Michael. Ja, und danke für den Kaffee. Gern geschehen. Ich wusste gar nicht, dass Sie miteinander befreundet sind. Na, dann können wir ja gehen. Ich nehme das schon, lassen Sie. Was hat der Inspektor noch zu Ihnen gesagt? Dass ich auf Sie aufpassen soll. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Ja, ich bin sicher. Und ich kann das auch selber tragen. Patricia, ist Mrs. Capwell noch da? Ja, sie ist draußen. Okay. Dieses Paket hier kam von Mr. Slade. Was für ein fantastischer Tag. Ich war gerade... Seit wann ist das da? Slade hat es gerade geschickt. Und wieso liest es? Ich finde die Farbe des Papiers so schön. Ich hatte ihm gesagt, dass ich hier bin und das Manuskript so schnell wie möglich lesen möchte. Hast du Kelly schon gesehen und mit ihr gesprochen? Ja, vor ein paar Minuten. Ich glaube, sie hat sich gerade einen Ferrari zugelegt. Wie war das, bitte? Ja, red du mal mit Kelly. Auf mich hört sie nicht. Nein, 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 nein. Das werde ich nicht tun. Es hat zur Zeit keinen Sinn, mit ihr über gewisse Dinge zu reden. Du meinst, du siehst einfach zu, wie sie... Wie sie was? Die Nächte durchtanzt? Was soll ich denn machen? Immerhin hat sich Eden eine Zeit lang genauso verhalten und sich dann wieder gefangen. Und Kelly wird sich auch wieder fangen. Und du bist ernsthaft der Meinung, dass es klüger ist, sich da rauszuhalten? Also, ich versuche es. Nein, 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 Freddy! Du bist einmal, und ich versuche es zwei, wie sie öffnen. Du liefst potatoe und ich nutz dem. Du liefst tomatoe und ich nutz dem Baum. Potato, potato, tomato, tomato, let's roll the whole thing off. But oh, if we don't roll the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like Pajamas and I like Pajamas, I'll wear Pajamas and give up Pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling of art. Let's come the whole thing off. Was in aller Welt hat dich dazu gebracht, dieses Zeug da anzuschaffen? Und was hat dich bitte schön dazu gebracht, dich so aufzuputzen? Ich dachte, wir wollten verreisen. Da hast du völlig recht. Und wenn wir nicht jetzt verreisen, werden wir nie verreisen. Aber ich will nicht Skifahren. Aber das war doch der Punkt, Eden. Davon hast du doch geträumt, wie du die Hänger runterfährst und ein Held vor dir steht. Das waren deine Fantasien. Und was ist mit deinem Strand? Das war deine Fantasie. Das, diese Ananas hier. Also in meinen Fantasien warst du etwas anders angezogen. Männliche Tagträume sind meistens etwas unrealistisch. Komm jetzt, ich habe die Tickets. Ich habe zufällig auch ein paar Tickets hier. Wir fliegen in zwei Stunden. Drei Stunden. Dann sind wir am Strand. Unser Hotel liegt direkt an der, äh, äh, Napoli-Küste. Es heißt Napili und das letzte Mal hast du dich da zu Tode gelangen, weil du fandest es... Ach was? Wie kommst du darauf? Weil du damals, als wir da waren, ständig gesagt hast, wie blöd, wie blöd, wie blöd. Nein, das ist gar nicht wahr. Komm schon, du bist ins Warme und hast das Skifahren. Nein, ich fahre gern Ski. Du lebst. Du lebst. Ich will ständig in Skiunfälle machen. Du brauchst nur deshalb ständig Unfälle mit deinen Skiern, weil du nicht aufpasst. Nein, weil du andauernd auf mich einredest. Okay. Okay, so kommen wir nicht weiter. Das würde ich auch verhuden. Wenn ich das richtig sehe, sind unsere Fantasien offenbar völlig... Entgegengesetzt meinst du? Nein, nein, wir haben doch ein paar Sachen gemeinsam. Frische Luft, Sonnenschein und die Vorstellung, mal allein zu sein. Das wäre für mich das Allerwichtigste. Also hierbleiben will ich nicht. Das will ich auch nicht. Na gut. Dann ist dir alles klar. Und was genau hast du jetzt vor? Camping. Eistee, bitte. Willst du tanzen, Mason? Wieso siehst du mich so wütend an? Das ist unser neues Geschäft. Und ich dachte schon, du wüsstest einen Titel für diesen Song, für mein neues Album. Dafür würde ich dir sehr dankbar sein. Du machst jetzt ein Album? Nein, wir, Darling. Wir zusammen machen das Album. Wir suchen uns ein paar Songs aus von einer Liste, die ich bereits habe. Und dann gehen wir ins Studio. Ich werde singen und du wirst der Produzent sein. Und dann haben wir zwei ein Album. Ich denke, deine Familie kennt alle wichtigen Leute aus der Branche. Wo hast du diesen Text, den ich diktiert habe? Oh, Mason. Der Text war hochinteressant, aber ich fürchte, der Inhalt war doch ein bisschen ungeeignet für unser Album. Wo ist er, Sascha? Der Text wurde getippt und an Julia Capwell geschickt. Na bitte, da ist sie ja. Gerade im richtigen Moment. Könnten Sie das für mich regeln? Ja sicher, es schuldet mir einen Gefallen. Okay, dann probieren Sie es. Kelly. Kelly! Die kann das nicht warten. Ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit. Es dauert bestimmt nicht lange. Tu mir den Gefallen. Und das muss jetzt sein? Ja, es muss sein. Bitte. Bitte. Was wollt ihr alle von mir? Ich komme mir vor, als ob ich wieder auf der Highschool bin. Auf der Highschool warst du vernünftig. Vielleicht war das mein Problem. Damals hattest du kein Problem. Ich war zweimal unglücklich verheiratet und ich hatte zwei unglückliche Affären. Sag mir nicht, ich habe kein Problem. Ich hatte ein Gespräch mit Burke. Du kennst ihn ja. Der Mann ist mein Anwalt. Er sagt, du bist vorhin den Strand entlang gerast und zwar mit hundert Sachen. In einem Ferrari. Das stimmt nicht. Ich bin höchstens 70 gefahren. An einem öffentlichen Strand? Officer Barnes, Miss Capwell. Officer Barnes, ich weiß nicht, was meine Tochter getan hat, aber ich brauche nur zu telefonieren. Wir zwei wollten nur zusammen essen gehen. Wiedersehen. Ich habe eins. Na los. Oh Candy und Ronny, wo seid ihr bloß hin? Ich habe sie nicht mehr gesehen. Benny und die Jets. Oh, aber wo sind sie hin? Ach, war das nicht sie? Ich wusste nie, wie der Text geht. Ich auch nicht. Aber solche Songs eignen sich kaum fürs Camping-Crews. Gibt es etwa festgelegte... Aber natürlich. Komm mit in die Berge. Oh, ich bitte dich. Oder John Jacob. Das ist ein schönes Lied. Tut mir leid. So ein Unsinn kann ich nicht singen. Das ist ganz einfach. Ich sagte den Text nicht. Nein, ich werde sowas nicht singen. Das ist ein moderner Camping-Trip. Kumbaya oder gar nichts. Oh Mann. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Das war eine tolle Idee. Eine unglaubliche Idee. Besonders, wenn das Wetter so bleibt. Ich hoffe, dass es nicht regnet. Dann war es deine Idee. Typisch, wenn es regnet, war es meine Idee. Auf jeden Fall wird mir eine Menge Spaß haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig. Besonders, wenn die Schlafsäcke voller Ameisen sind. Kein Plural, bitte. Wir haben nur einen davon. Nur einen? Aber das Essen reicht hoffentlich für zwei. Sonst haben wir Probleme. Nein, nein, nein. Machen wir deswegen keine Sorgen. Verpflegung habe ich reichlich mit. Keiner wird verhungert. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Jetzt hör mal zu. Ich sag dir was. Und was ich sag, das werde ich dir beweisen. Benny und die Jets. Benny, Benny. Lassen Sie uns bitte allein. Julia, mir gehört die Hälfte des Clubs. Ich habe es also nicht nötig, mich von Ihnen rumkommandieren zu lassen. Hey, was soll das messen? Gut, nach Ihnen habe ich gerade gesucht. Wieso hast du den Brief durch einen Boden schicken lassen? Hat dir der Mut gefehlt? Ich hatte leider keine Wahl. Verstehe. Tja, weißt du, wie oft ich in der letzten Zeit über eine Scheidung nachgedacht habe? Wie oft ich in den letzten paar Monaten kurz davor war? Aber irgendwie konnte ich es nicht tun. Ich konnte es nicht tun. Und jetzt hast du es getan. Dieser Violinkünstler, diese Blumen. Du hast so viel getan, um mich zurückzugewinnen. Und jetzt? Jetzt willst du dich scheiden lassen? Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Steh doch nicht einfach nur so da! Oh, okay. Wie du willst. Alles klar, du hast dich also entschieden. Du willst die Scheidung, die kannst du haben. Nein, warte! Willst du wissen, was los ist? Auf Wiedersehen im Kalifornia-Clan. Morgen, zu gewohnten Zeit, gibt es eine ganz neue Episode. Also, bleiben Sie dran!